Hallo Benjamin. Hallo Beep-Up zu Ben. Der Philipp ist auch am Start, das gibt's ja gar nicht. Hallo. Hi Moje. Das war nicht der Tobi. Ah, links ist der Auto. Was? Das klang genau wie der Tobi. Der hat doch schon wieder sein Dings-Board am Start, oder? Ich würde sagen, ja. Einmal im Jahr kram ich das alles Soundboard raus. Weil sonst wieder der PUBG Tournier und der Pappschuh... hast du auch sowas wie für die lange Handelstange? Hast du den Dings, Schnapp? Darf ich den Tobi die Sprachen schicken? Dafür dass der den Soundboard benutzt. Nein, benutze es mal. Ich habe nichts vorbereitet, weil letztenmal haben wir einmal nur die Dose gemacht. Ehr Сов collateral ist. Wollen wir das wieder so machen, den mit die Teams nach den Stärken aufteilen und dann einfach so ein bisschen so mischen, wie wir denken. Am besten spiele ich mit dem Alex in einer Gruppe, sonst schießt er mich wieder ab. Wenn ich die Lobby auch habe, könnt ihr einfach dem Spiel bei mir beitreten. Spiel beitreten, okay, gut. Nein, ihr müsst alle das Passwort eingeben. Tschüss. Äh, Tobi, könntest du nochmal das Passwort durchgeben? Für die Dings, ja. Tschüss. Gar nichts offen, oder? Nee. Ich habe dieses verfickte Crossplay wieder deaktiviert, das muss ich jetzt wahrscheinlich wieder anmachen. Garplayerst du deaktiviert? Okay, das ist ja nochmal. Ich finde die Teams fair. Ich habe dich auch. Ich mache mal aus Spaß so die erste Runde losen wir einfach mal. Benjamin, ist der schon da? Nee. Doch. Der Ben ist da. Der war nicht hier. Ben, sag mal was. Okay, danke. Ja, gut. Haben wir das arg geklärt. Das ist den... So, Felix ist gerade online gekommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Guck schon noch, ob du bis 20 zählen kannst. Nee, um Schanz. Hallo. Also trink drin ab. Boi, hallo. Shalom. Hallo, hallo. Seid ihr schon dran? Erste Runde schon vorbei. Ach jo. Ja, ich habe gewonnen. Fischer hat gewonnen. Das war übertrieben, Tobi. Also ich habe dir viel geglaubt, aber das war nicht. Ich habe den Julian gemestert. Nein. Ja, glaube ich. Hättest du jetzt gesagt, du hast Drecki irgendwo gekämpft, dann hätte ich dir das auch noch geglaubt. Ja, ja, ja. Und gewonnen. Ja. Ich war ja auch noch ohne, bin gerade heimgekommen. Es ist länger gedauert, ich war in der Polizei-Kontroll. Ach jo. Scheiße, Alter. Jetzt die Brüder steift weg, ist deine Polizei-Kontrolle. Ja. Ich wollte heute Mittag schon schreiben und habt auch rechtzeitig die Friedenbuden geschrubbt. Ja, ja. Aber ist ja gar keine Saison. Hey, boy. Hey, boy. Hey, boy. Grüß Gott. Hey, show. Hey, show. Barnabas. Barnabas. Irgendjemand hat ultra laut, oder? Justin. Justin. Der hat sein Headset zur Seite gelegt. So, Moritz ist raus. Wieso? Hast du gerade in der Gruppe abgemeldet? Beziehungsweise hat er gesagt, die hat ja gar nicht angemeldet. Maritz. Das sind wir mal ganz ehrlich. Das wollen wir eh nicht. Ach, ich bin bereit, euch all zu ficken, ihr Fotzen. Ich freue mich ja so. Ich freue mich ja so. Ich finde es auch geil, einfach wenn du siehst zwölf Leute in einer Party, ey. Ja. Das ist immer was Geiles, ey. Das ist schon küsse. Also, wann kann ich denn mein Vorwort an die Gruppe richten? Eigentlich jetzt. Das sind ja alle da. Ja. Ach man, da will man einmal zocken. Was ist denn da schon wieder? Du musst die Xbox mal anmachen. Moment. Fagin, dann sag doch mal, was du zu sagen hast. I come, dann ohrengespitzt zugehört. Hast du Hintergrundmusik, Tobi? So irgendwas, so was ich kann was, was Mystisches vielleicht. Ich verstelle auch extra meine Stimme. Also für jetzt nicht, aber für das Video mache ich das, ja. Die Stadt mit Mülta im Winde, früher genannt Mülén, gegründet vom Heiligen Kinde. Dem Herrscher wird der Ruhm zu stehen. Alfheta steht uns bei. Ein episches Turnier wird es werden. Mit Grollhass, Spaß und permanenter Schießerei. Wir küren den Imperator der PUBG-Erden. Ich wünsche euch ein tolles Spiel. Trost und Beileid für jenen, der auf dem Schlachtfeld fiel. Magie wird in der heutigen Nacht geschaffen, mit großen und auch kleinen Waffen. Ich wünsche jedem ein fantastisches Spiel und ein geselliges Feisabend sei. Tschüss. Oder ist das Witzige? Kann jeder kurz sagen, wie er heißt und was er für Hobbys hat. Hallo, ich bin der Alexander, ich heiße Alexander und ich habe keine Hobbys. Tschö Christian, jetzt können wir starten. Doch, können wir anfangen. Sehen die Teams gut aus, ja? Ich sehe ein paar Namen, wovon ich weiß, die das Spiel spielen können in meinem Team. Die Frage ist... Kann sie bei uns spielen? Der Philipp und ich sind die Noobs bei uns und beim anderen Team gibt es keinen Noob. Doch. Ich glaube der Flieger ist auch erstmal nicht ganz so... Aber der kommt da wahrscheinlich schnell rein. Juppie ist Profi, Nickel ist super Profi. Ist bei mir auch... Wenn Mittelentzug mit seinem Sandfarben dann overall vor mir steht, da habe ich keine Chance. Also ich profetiere, dass Team 2 gewinnt. In den online spiegenden... Na ja, das ist ja auch einfach. Weil jedes Team, das den Juli hat, gewinnt. Das stimmt. Der Juli hat ein Tobi dabei. Und ich krieg gleich auch den Krieg in alle teilzuhauen! Ne, der müsste mir zu uns! Ich habe jetzt hier einfach eine zufällige, über Links gemachte, so eine Teamausteilung über Zufallsgenerator gemacht. Was sind die Teams, die dabei rauskommen sind? Die Frage ist, wie stark der Fischer ist. Noch? Wahrscheinlich noch eine Runde und dann fängt er uns an. Juli und Juli, genau, das ist ja ein Problem. Ja, Ben und Alex, was soll denn das? Die haben das auch früher gesucht. Alter, der Ben, der Digga, den mache ich ja mal. I just said that. Your time for chance. Warum, was willst du denn jetzt von mir, dass ich hier Teamkulze mache? Nein, du hast doch, ich habe gedacht, carry das Team mal durch. Ja, ich, genau. Ich bin der letzte Mensch, der das Spiel hier spielen kann. Also, Justin, ich finde auch, du bist sehr gut in dem Spiel, das schaffst du schon. Und wir haben den Tore. Ist hier irgendwas mit Crossplay aktiv? Ey, Philipp. Ich habe das jetzt nochmal separat, also in Xbox hatte ich es sehr aktiviert, das habe ich jetzt wieder aktiviert. Jetzt ist er doch drin. Jetzt ist es auch mal aktiviert. Da ist er doch der Kulier. Tschüss. Tobi. Ja, wollte schon sein, mach doch mal. Hast du das Passwort nicht gewusst, Christian? Wir machen eine andere Party auf. Viel Spaß, ihr Tore. Viel Spaß und es schießt euch nicht. Spiel nicht wahrscheinlich wieder auf. Fabi bleibt eh erste, der da dran hat. Der Fabi kommt wahrscheinlich gleich nochmal kurz bei uns in die Party rein. Das war so klar. Der Fabi ist bei uns im Team. Ich gehöre doch zu eurem Team. Ach so. Ich habe gerade noch so gesagt, der Fabi kommt 100% jetzt eh nochmal kurz bei uns in die Party. Demo bin ich drittst du bei. Ich habe ja gar nicht gecheckt, dass du bei uns bist. Ach ja. Ist doch schon wieder schön. Sollen wir uns alle ausziehen? Ja, komm. Schlimmer ausziehen. Nee, das wäre halt ganz lustig, weil dann wissen die Startgruppen dann auf jedes Kleidungsstück bis auf den Kampfgürtel. Ich glaube, der bringt nämlich noch ein bisschen Stauraum. Wie kann man das machen? Im Start drücken. Jetzt hier schon. Oder wir ziehen uns alle. Wir tauschen unsere Klamotten. Oh, das wäre auch geil. Ich will Tobi seine Schuhe wieder anziehen. Guck mal, jetzt ist der Juli so angezogen wie ich. Dann denkt die, ich bin der Noob. Ey, tausch auch mal Klamotten schnell. Tausch mal Klamotten. Ey, dann denken die... Ey, Philipp, Philipp, Philipp muss eigentlich Julians anziehen, weil der auch schwarz ist. Nein, Philipp muss dann der Philipp CP7. Was ist der Knopf zum Ausziehen? Der Knopf zum Ausziehen. Christian, du bleibst nackig, weil keiner richtet damit, dass der Fischer so aussieht und keiner richtet damit, dass du so aussiehst. Mein Fuck, Alter. Das ist jetzt ja mit der Wicht. Nice. Okay, pass auf. Hier hin, oder? Hier? Ja. Ja. Die sind auch ausgestiegen. Die sind auch ausgestiegen. Die genau da im Woher. Wir haben die ganze Map und wir treffen uns in einer 5x5 Häuser. Oder sollen wir hinters Lager? Nein, nein, lass schon auf die andere Flussseite gehen. Lass schon hier hinten hingehen. Lass zu diesem Komplex gehen, der markiert ist. Da hat fast jeder ein Haus. Die drehn eh ab, wenn die uns sehen, drehen die er. Die drehn ja sauweit hoch. Drei von denen haben sauweit oben geöffnet, okay? Die gehen nach hinten links. Das ist sehr gut für uns. Die gehen nach Zaki. Ich geh in die Mitte, Mitte. Ich geh in die Mitte, Mitte raus. Dann geh ich vorne, links. Ich geh Mitte, vorne. Man, Philipp, ich sag vorne, rechts, da geh der auch da rein. Ich hab vorne, rechts gesagt, du Arschloch. Ja, ich auch. Ja, ich nehm die Mitte, rechts. So, guck, ich mach hier sogar die Musik ein bisschen leiser. Wollen wir den Mörser mitnehmen? Ich wusste, dass irgendwann die Frage kommt. Ich hab mir eigentlich fest damit gerechnet, Philipp, dass du dich stillst. Deswegen bin ich nicht enttäuscht, weder enttäuscht noch überrascht. Ich schieß mal kurz, nicht erschrecken. Naja. Das war, hab ich dumm ausgesprochen. Ich seh noch nix von den Bobbys. Wir müssen eigentlich, was halt wichtig ist, den Alex wegzumachen. Das ist das Muy importante. Wir können uns gleich mal irgendwo treffen und mal so ne kleine Loot-Party machen. Ja, gerne. Warte mal nirsch. Also hier liegt der ganze Shit, Heilung, Taschen, tralala, gelbe Markierung. Yellow Star Trek. Und da bin ich eigentlich schon durch. Also ich brauch nix mehr, für das ich noch mal schon ne Granate. Ich kann dir eine geben, ich kann damit eh nix anfangen. So, dann schauen wir mal an, wo die sind, ne? Ich ping einfach mal Zargi, dass wir immer die Richtung haben. Auf geht's nach Kesslers Knigge. Ich geh einfach der gelben 1 hinterher. Ich lauf jetzt der roten 5 hinterher. Kann auch sein, dass die über diesen Berg sind, auf den Gipfel hin da, ne? Die musst du auch aufpassen hier. Ach, fang, hier ist hier alles zergelüftet. Und Philipp rechts. Da oben steht einer, Juli, da vorne steht direkt einer, oben am Berg, bei 300 aus unserer Richtung. Er hat gerade über den Berg geguckt, stand da ganz offen. Das war der Alex. Der haben gewonnen. Juli, du darfst aber nicht abknallen, ne? Ne, aber kommt her, kommt zu mir. Das waren deine eigenen Regeln. Versteht er? Wir sind versetzt. Wir sind versetzt. Jetzt müssen wir gucken, ob die anderen nicht von irgendwo anders kommen. Ich stelle... 3,20 läuft einer auf dem Ziel. Abn. Boah. Ist der Justin? Dein erster Schuss. Der hat ja reingeknittert. Ich hab nur angestaubt. Direkt getroffen beim ersten Schuss. Der Alex. Der Alex verrät unsere Position. Der Alex verrät unsere Position. Der Alex verrät unsere Position. Ist egal, ist egal. Ist nur... Ja, ich sag nur. Der Alex sagt dir jetzt garantiert, die sind genau hier, wo ich bin. Das meine ich. Wir müssen gucken, dass beim Justin gleich, wenn da einer smogt, schießen wir einfach auf den drauf. Wo ist denn der Justin? Wo kribst der dann rum? Der krabbelt da hinten rum. Nicht finishen, ne? Nicht finishen. Ich schieß einfach nur. Okay. Aber schießt ihr einfach so oder... Oder seht ihr... Ich glaub, die schießen einfach nur so. Kann sein, dass wir den Justin noch hochholen. Soll ich... Alex ist tot? Ja. Bin hier ganz entspannt. Guck mal, wollen wir mal zu 20 zu den Häusern da. Wo jetzt der Ping hoffentlich gleich auftaucht. Jetzt der Gelbe. Ja. Holen die den Justin jetzt? Ah, wahrscheinlich holen die den. Aber das können sie ruhig mal... Ey! Oh, Verzeihung. Oh, der Justin ist auch tot. Ich hab grad den Kill bekommen. Ja. Ja, das ist sehr gut. Der Nicky... Ich weiß jetzt, wie der Nicky reagiert. Ja. Warte, warum hab ich das gemacht? Ich hab's geschafft. Hm. Da ist aber auch einfach jeder von denen in irgendeine andere Richtung gelaufen. Ah, 345, die Rennen da am Berg. Rennen da am Berg, 345. Ja. Ja. 345 jetzt. Bleibt nett stehen, egal was ihr macht, ne? Da ist einer, glaub ich... Am Baum hat nen Hit bekommen von mir. 345 genau. Der ist grad oben hinter den Berg gelaufen. Ja. Der hat gut gefressen, drei von den professionellen Baum. Der hat gut gefressen, drei von den professionellen Baum. Ja. Außer er heilt sich jetzt hoch. Ja, ja. Das ist eh, aber... Ich laufe ein bisschen rechts, um einen anderen Winkel auf den Baumbeutel zu kriegen. Können wir noch nix sehen. Der ist weg. Läuft nach hinten weg. Der ist weg. Sorry. Aber auch. Das ist weg. Ja. Ja, 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 Philipp, wir gehen zu den Häusern. Die holen sich da gegenseitig hoch, glaube ich. Ich hab einen... Ich hab den Felix genommen. Wir gehen zu den Häusern, wir gehen zu den Häusern. Ich dachte, ich hab nur getroffen. Da rollen wir dahinten, das ist so, sagen wir den Weg, Alter. FG im Snipe, Alter. Philipp, du hast den Grafen nichts geholt. Ja, umfahren, mach was. Nein, leider. Ich beginne hier in die Halle. Aber man, Schuss und Smog ist in der Kase recht. Ich hab grad eben ein ganzes Magazin reingewiext. Sollen wir mal in die Zone gehen? Der Christian ist jetzt wahrscheinlich eh da mit denen am Ballern. Ja, der Christian hat ein Auto, ne? Dass wir im gelben Bereich, äh, im blauen Bereich bleiben. Ja, dann können wir die schon erwarten. Aber dass der Christian auch schnell genug hier rüberkommt. Ja, ja, das ist kein Problem. Der schießt ja schon fleißig auf die, so wie ich das anfasse. Da steht auch ein Auto. Oh, Koseck. Das war halt auch ich, dass wir den ersten, der irgendwie... Ja, ich bin ja alle, der dachte. Dann war der einfach zu gierig, also... Ja. Und der... Aber der stand auch völlig frei auf dem Berg oben drauf. Ich hab ihn nett gesehen, weil da war ja Gras um ihn rum. Aber wenn du weiter weg stehst, keine Ahnung, 50 Meter oder so... Ja, ich war hinter dir. Und du standst, keine Ahnung, 10 Meter von dir weg. Oh. Ben hat CP. Oh. Schade. Okay, dann gehen wir mal auf den Berg. Wollen wir hier auf den Berg jetzt mal kurz gucken? Aber es ist halt ganz schön aufgeschaut. Wir auf den Berg und dann runter gehen, dass wir da hier Highground haben. Weil die müssen eh kommen, richtig? Die müssen jetzt kommen, in der Zone ist... Die haben jetzt gleich Zonenstress, ja. Ja, auf jeden Fall auch wieder, sind gut in der Zone grad. Ja, ähm, 30 sind sie. Die laufen in der Zone. Die laufen gleich über die Kuppe. Auf 30. Kuppe, aber ich seh nix. Hab einen Hit gesetzt. Schade. Ah, da oben. Einen habe ich am Bein getroffen. Da müsste der Felix gewesen sein. Also die müssten jetzt weiter rüber gelaufen sein, ne? Weiter, ähm, auf 30 Nord-Ost. Die sind nach Nord-Ost gerannt. Fabi, du guckst so ein bisschen hier nach 60 hin, ja? Ja, ich guck. Weil da unten durch die Senke laufen die jetzt, glaube ich. Ja, die müssen... Ich seh die ja über den Berg, also wenn die... Die Senke seh ich nicht komplett. Ich seh die. Ja, so ist gut. Da hinten kommen sie, da hinten kommen sie. Oh, krass, oh, krass, oh, krass. Da hab ich richtig gefressen. Ja. Das war aber echt, also da... Das war echt ganz... Da schießt noch einer von weiter... Welche? Richtig, doch. Ich hab von Fabian gesehen. Ja, auf 25 schießt noch einer. Fabi, heil dich mal. Da hab ich halt direkt einen sandigen Headshot bekommen, ey. Mhm. Ich auch. Der Ben wahrscheinlich, ja? Die müssen kommen. Die müssen kommen. Wir haben alle im Griff. Ich gucke auf 70, ob ich die seh. Wo waren die denn genau? Ja, ich hab's auch nicht gesehen. Auf 40, auf 40. Die sind ja genau an so einen Rand hier. Die müssen genau von uns kommen. Also ich würd sagen, die müssten von rechts kommen, oder so. Eher wär von 80. Ja, die sind berguntergewaggelt. Ich will so... Philipp auf 75 bei dem Compound da unten. Naja, sind da aber trotzdem kein. Ja, die sind da drin gerade. Müssen jetzt aber raus, Zone. Also auf, schießen schon noch. Keiner an der Mauer. Ja. Vordere rechte Mauer. Auah. Alter, die schießen aber ganz schön gut. Und wo auch immer. Die können jetzt den Nickel halt wieder hochholen. Ja, das sollen sie machen. Die kriegen ja jetzt richtig schön Schaden, wenn die Zone ankommt. Ich seh niemanden. Die sind ja schon in der Zone. Einer von denen ist irgendwie in der Zone. Also der kommt jetzt hier bei 120. Ja, die sind beide garantiert. Seh ich. Ich hab nen Nickel bekommen. Die sind schon drin. Habt ihr Nickel-Kill? Ja. Die sind auf 115. 115? Ja. An dem Baum liegt einer. Auf genau 115. Aber der ist doch schon tot, oder? Der da liegt. 110. Ne. Der große, der große Baum. Welcher Baum? Ähm, ne 110 jetzt. Der Ben ist noch an dem einen einzigen Baum, der steht. Welcher? Der große? Welcher war auf? Der war er. Okay. Zum Schluss hab ich jetzt gar keinen mehr gesehen. Ja, ich bin dem nicht entgegengelaufen. Tja. Das war doch toll. Anja. Let's go. Immerhin. Ja, Juli, du hast mich ein bisschen überrascht auf dem Hang. Ich muss eigentlich nur mal gucken gehen. Ja, das haben wir uns schon gedacht. Was hat der Justin da im Halbfeld zu suchen gedacht? Justin und ich waren. Der war mit dem Fahrrad unterwegs und ich bin gelaufen. Wir haben euch da nicht erwartet. Extrem schlau. Wir waren noch gefühlt alle am Hügel, als du da oben warst, Alex. Ja, ich weiß. Ich hab euch noch ne schöne Linie gezogen. Ihr habt mich, äh, da konnte mich leider keiner da retten. Aber ihr habt mich überleben lassen. Mein, meinem Schicksal überlassen. Ja, ja. Aber ihr wart ganz schön weit weg. Ja, wer hat auch gesagt, keiner darf abgeschossen werden. Ja, die waren ganz weit weg. Wir sind nur mal vorgefahren mit dem Fahrrad, weil ich eins gefunden habe und hab gedacht, ich geh mal gucken, ob ich schon mal hier, ob ich schon sehe, ob irgendwas sich bewegt. Aber dann wart ihr schon alle an den Berg. Ich hab einen laufen sehen, über die Straße. Hinterher. Und da war aber der Rest schon direkt auf dem Berg. Das war, nicht so schlau. Direkt in den ersten 5 Minuten, ich hab euer Team halbiert. Und so. Der Felix war zwischendurch rausgeflogen, der Ben hat dann mit uns geredet, aber der Ben hat gut rasiert. Felix, wie bist du zu mir gekommen? Ich weiß es nicht, ich wollte einfach irgendwo zurück in die Lobby. Das Ding war, der Julian rennt da einen Berg hoch, ich geh mal gucken. Hier ist eine. War der Alex. Wir haben gewonnen. Direkt so. Das war der Alex. Wir haben gewonnen. Alex war der Düppste von allen. Ja, weil du bist der, der hier am besten schießen kann. Der Philipp hat einen mit dem Kopfschuss, der hat den Ben mit dem Kopfschuss weggeholt. Hallo. Der Fabi misch auch. Da waren wir genauso überrascht wie ihr. Der Philipp hat hier. Nickel, sag nochmal, wer hat dich weggeholt? Junge. Wiss du dir ist noch? Das war so klar. Ohne Witz, in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass der Nickel von Tobi geholt war, wusste ich, der Tobi wird sich gerade übertrieben abfeuern. Nö, habe ich nicht. ich habe nur gesagt, ich habe den Nickel geholt und dann wurde direkt weitergeguckt.